Lange dachte ich, die Ressourcen reichen für immer. Das Richtige zu tun, ist manchmal schwer, kompliziert oder unbequem. Heute bin ich mir sicher, wir alle können mit einfachen Schritten mehr für den Schutz unseres Klimas tun. Alles, was wir dazu brauchen, ist ja bereits da. Mach den Unterschied und starte jetzt in eine klimaneutrale Zukunft. CO2 reduzieren, vermeiden, kompensieren. Mit Ökostrom, Ökogas und Klimaneutralität. Von KlimaInvest.